Servus Leute, was geht? Euer Masi Sido unterwegs für euch. Heute das nächste Auswärtsspiel in Fürth. Noch ein Stadionvlog für euch. Ich hoffe es gefällt euch. Wir sehen uns gleich am Stadion. Ich bin jetzt vorm Stadion. Das Stadion sieht von außen irgendwie gar nicht so geil aus. Aber ich habe Bilder gesehen wie von innen. Also ich habe Bilder von innen gesehen. Die sehen richtig gut aus. Also von innen sieht es ganz nett aus. Die haben gerade echt Probleme gemacht wegen der Kamera, aber dann meinten die, dass es in Ordnung ist. So, ich bin jetzt drin. Alter, sieht voll nice aus. Digger, einfach Gerüst aufgebaut hier, ja? Voll krass. Bei den Gästen einfach nur Gerüst aufgebaut. Digger, wenn man mit 1000 Leuten da springt, das wird einkrachen. Ich hoffe mal nicht. Voll geil. Heute in Rot. Heute in Rot. 19 Minuten. 30 Minuten. 40 Minuten. By the way, das Spiel hat schon angefangen. Minute drei. Let's go, Alter. Jungs, macht das Ding heute. Deckel zu und dann ist Feierabend. Boah, die Anfangslase ist echt lahm gerade. Ist noch ein Drücker. Komm, Junge. Boah, Junge. Digga Pfosten. Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Ja, wie es denn da? Ego ja, tue ja! Ego ja, tue ja! Polak-Siegeltze! Polak-Siegeltze! Ego ja, tue ja! Ego ja, tue ja! Ego ja, tue ja! Zusammen steh! Wie alle, tue ja! Wie alle, tue ja! Wie alle, tue ja! Ja, du mein, tue ja! Komentasen, 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 komentas Scheiße, abgefälschter Ball, Mann ey, das fackt ab. Niemand hält ihn leider nicht fest, abprallert Tor, schade. Also Fürth, Fürth, 1-0, aber ja, die spielen auch aktuell besser, jetzt gerade Minute 25 und ja, wir laufen leider hinterher, da muss auf jeden Fall gleich was passieren, sonst sieht's dünn aus. Wie kann man so ein Ding nicht machen, Digga, Gambula, Alter, Bruder, das reicht, mach ihn mal jetzt einen rein, Mann. Ja, der Ball rollt vor ihm, Alter, streck dich doch mal, Mann, du bist doch riesig, boah. Heute läuft alles dünn, aber alles, alles. Hey, was war das für ne Aktion, Alter, Jungs, bitte, Alter. Komm, Mann, der nächste muss rein. Komm, Mann, der nächste muss rein. Mann, 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 Mann Wenn das genau so ist, dann können wir mit null Punkten nach Hause fahren, das ist echt nicht gut, was wir da machen auf dem Feld. Ja, gucken wir mal, wie gleich die zweite Halbzeit wird. Ich hoffe, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr aufdrehen und was tun. Ja, wir sehen uns gleich. Der war gut gemacht, aber keiner steht da. Wie kann da keiner stehen? Unglaublich. Die Wild Voice, Alter. Boah, Bruder. Schade, Mann. Wieder versuchen, Bruder. Es ist jetzt Minute 60. Es ist besser geworden. Wir sind präsent hier. Ja! 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 Geil! Zauber, Junge! Dani Blum gewinnt den Ball. Der Reingabe. Let's go! Wir sind zurück, Mann. Kommt ihr zu mir, Alter. Kommt, Jungs! Bitte, kommt! Herrlich. 1-1. Alles wieder offen. Jetzt sind noch Fußballspielen. Kommt! Ich habe das Tor gerade noch aufgenommen, Alter. Ich kam voll zu spät. Der Reingabe. Der Reingabe. Der Reingabe. Der Reingabe. Schönen Ball gewonnen. Dani Blum, Alter. Bruder. Du bist der Geilste, Mann. Der Reingabe. Der Reingabe. Ich werde die Genschäke immer für viele zugreifen können. Deweine Gew۔ Redenée Grant. Wir haben den Bezdyignen. Der Reingabe. Der Reingabe. Bir haben gibt viele Nationen. Oh, Simon Zoller bringt nochmal richtig Wind rein, sehr gut. Ah, Windsheimer, Bruder. Bruder, Bruder, Bruder. VfL, VfL. Spiel, Alter. Meine Fresse. Das kann nicht wahr sein, ja. Wieder 88. Minute. 2-1. Braum, Jungs, Alter. Schmeiß alles nach vorne da. Uro, wieso? Ich habe keine Worte mehr. Ich habe keine Worte mehr. Ich habe keine Worte mehr. War . Ja! Es kommt ja. Das Spiel ist aus. 3 zu 1 geführt. Gut weh.